Was? Was? Der, ja, Zahnseide. Heute werde ich auf einen Zuschauer-Account wieder reagieren. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Dein Account sollte eigentlich krass werden. Wenn ihr auch mal wollt, dass ich euer Account vorstelle, schreibt mir auf Instagram, dort heißt sich cashka-real. Wir gehen jetzt auf den Spind. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und... Was? Was? Alter, das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Pfff. Das ist nicht sein Ernst. Wir kommen auf den Spind drauf und sehen den OG Skull Trooper. Black Knight Schild. Black Knight Schild plus Schwarzer Ritter. Was laber ich? Ich meine, plus den OG Skull Trooper. Und dann Prisma Hängegleiter. Und ich glaube, das ist selten dieser Hängegleiter. Freunde, das kannst du einfach niemandem erzählen. OG Skull Trooper, Schwarzer Ritter Schild. Und wir sind gerade mal erst auf den Account draufgekommen. Freunde, das wird richtig krass, dieses Video. Deswegen, wir gehen auf Lobby. Warte mal. Freunde, Freunde, Freunde. Ist dieser Banner nicht seltener als der Battle Bus Banner? Oder täusche ich mich gerade? Freunde, ich meine, ich meine, dieser Banner ist seltener als der Schwarze Ritter Banner. Ja, Freunde, ich glaube, der ist wirklich seltener als der hier Battle Bus Banner. Schreibt es mir in die Kommentare. Okay. Wir gehen hier rein. Ja, ja, ja. Okay. Mal schauen nach. Vielleicht hat er auch noch den Battle Bus Banner. Oh, dieser Banner ist selten, Freunde. Ich habe jetzt den Battle Bus Banner nicht gesehen. Falls ich den übersehen habe, schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich glaube, dieser Banner, ich glaube, dieser Banner ist sogar seltener als der Battle Bus Banner. Das ist krass. Okay. Uh, okay. Hat er original klassisch? Nee. Hat er OG Remix? Auch nee. Freunde, nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Weil ihr habt gerade gesehen, was der Account bis jetzt hat. Travis Scott hängt... Nee. Travis Scott Ladebildschirm? Vielleicht hat er Travis Scott wegen dem Ladebildschirm. Wäre krass, wäre krass. Hat er die Season 3? Nice, die Season 3 hat er. Die Season 3 hat er, Freunde. Umso spannender wird das. Okay, diese Lackierungen sind ja geisteskrank gut. So, wir scrollen hier ein bisschen durch. Vielleicht hat er die Kevin-Lackierung. Wir achten hier auf die Magma-Lackierung. Die Magma-Lackierung hat er nicht. Die Kevin-Lackierung hat er auch nicht. Egal, Freunde. Er hat viele gute Lackierungen. Äh, ja. No way! No way! No way, no way, no way, Digga, Freunde. Wir haben Niederlagen passieren. Take-Dale. Take-Dale. Okay, wenn er schwarzen Ritter hat, hat er auch Take-Dale. Dann Party-Wut. Party-Wut. Es kann sein, dass wir den Travis Scott hier haben. Kann sein. Er hat Zahnseide. Was willst du mehr auf einen Account? Was willst du mehr auf einen Account? Take-Dale. Party-Wut. Zahnseide. Bell-Air. Bell-Air. Bell-Air, Freunde. Das wird, das wird, das wird, das wird, glaube ich sogar einer der besten Account-Vorstellungen-Videos auf meinem Kanal. Zahnseide. Ja, 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 ja. Sorry, sorry. Ja, ja. Perfekt. Digga. Das ist krass. Freunde, es ist gerade ein richtiger Stacked-Account. Der Account ist richtig stacked. Der Account ist gut. Ja, ja, Freunde. Elf von zehn dieser Account. Elf von zehn dieser Account bis jetzt. Da bin ich mal umso mehr gespannt, was er für Skins auf diesem Account hier besitzt. Leute, es sind richtig gute Tänze drauf. Es sind richtig gute Tänze drauf. Wenn ich was übersehe, schreibt es mir in die Kommentare. Party-Wut, Freunde. Er hat Party-Wut. Richtig viele Ikon-Tänze. Sehr viele Ikon-Tänze an der Stelle. Jetzt habe ich auch zu sehen diesen Dings ausgewählt. Warte, wir wählen. Niederlagen passieren aus. So, Freunde. Er hat hier gute E-Mails ausgewählt. Okay, wir gehen auf die Konsensstreifen rauf. Die Season 3. Er hat die Season 3, Freunde. Leider nicht OG-Flammen. Nee, Flammen hat er wirklich nicht. Nicht schlimm. Season 4. Season 5. Schade Marmelade. Aber, Freunde, hier sind auch einige am Start. Okay, die Gleiter, Freunde. Wir sind, glaube ich, alle gespannt, ob er die Schneeflocke hat. Ob er vielleicht, ja, den Marco-Gleiter hat. Oder vielleicht andere Krasse. Sir Hengel von Gleitern. Sehr gut. Und let's go. Wir haben die Schneeflocke schon mal am Start. Twitch Prime. Twitch Prime, Freunde. Der Sieges-Hengel-Gleiter von Season 10. Alter, alter, alter. Oh mein Gott, er hat sich den geholt. Krass, krass, krass. Alter, alter, alter. Okay, okay, Freunde. Er hat, er hat Astroworld. Das heißt, es könnte halt wirklich Travis Scott drauf sein. Wegenrein. So. Er hat hier Rette die Welt, glaube ich. Nochmal, glaube ich, Rette die Welt. Okay. Ich bin mega, mega hyped. Okay, er hat richtig gute Spitzhacken. Sweater-Spitzhacken sind am Start, ne? Uh, Excalibur, Freunde, Excalibur. ACDC, okay. Er hat den Schwarzen Ritter schon hundertprozentig. Da wir den Schwarzen Ritter wirklich schon gesehen haben. Und ACDC ist auch krass. Guten Nachttag ist drauf, Freunde. Was willst du mehr? Was willst du mehr? So, meine Damen und Herren. Jetzt, bevor wir um die Skiz drauf gehen, alle nochmal den Like-Button zerstören. Diesen Kanal abonnieren. Ein Kommentar für den Algorithmus schreiben. Wegenrein. Let's go. Wir fangen oben an. Wir fangen oben an. Okay, okay, okay. Hm, ja. Twitch Prime, Twitch Prime, Twitch Prime. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lara Croft habe ich da oben noch gesehen. Hm, ja. Funkel-Spezialisten. Havoc, Havoc, Havoc. Alter. Freunde, das ist... Das ist solide. Also was ist solide? Das ist Steak. Das ist krass. Das ist wirklich heftig. Blauer Knappe. Hat er den OG? Hat er den OG, Freunde? Schade Marmelade. Aber OG Sky reicht vollkommen aus. Oh. 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 Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Oha. Rostmeister. Royale Ritterin. Der schwarze Ritter. Freunde, wir haben den schwarzen Ritter auf dem Account bis jetzt. Den OG Skull Trooper. Das ist heftig. Und dann noch auch Klepp. Digga, Kleppenblaumütze. Wer kennt sie nicht? Captain Blaumütze. Leute, was soll ich denn dazu sagen? Das ist ein 11 von 10 dieser Account. Bewertet den Account in den Kommentaren. Wir wählen nochmal hier den OG Skull Trooper aus. Alter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.